Was bisher geschah. Jowen. Und so geht's weiter. Wobei ich mich frage, warum denn Conor den Schleier überhaupt zerrissen hat. Oder warum er das tun sollte. Selbst wenn es unabsichtlich war, müsste das ja, würde ich jetzt mal von der Logik von ausgehen, dass da irgendeinen emotionalen Stress ausgesetzt war, wodurch seine Kräfte sich dann entfaltet haben, dadurch einen Riss in dem Schleier verursacht haben und jetzt die Dämonen quasi ein- und auswarnen, wie sie lustig sind, lustig sind und das Ganze dann zu diesem Dilemma führte, was wir gerade haben. Aber was war denn dieser Auslöser? Das kann er mir wahrscheinlich gar nicht sagen. Wusste allerdings überhaupt nichts von den Fähigkeiten. Nein. Und sie wollte unbedingt, dass er es nie erfährt. Er hätte richtig gehandelt und den Sohn aufgegeben. Und darüber war sie sehr wütend. Naja, aufgegeben. Es ist ja nicht wirklich aufgeben, es ist halt einfach sich diesem hier herrschenden Rechtssystem beugen. Wobei man halt immer noch diskutieren kann, inwiefern das angebracht ist oder überzogen ist. Ich bin echt, ich kann mir darüber immer noch keine Meinung bilden, irgendwie. Na gut, warum hat Isohle Angst davor, ihr Sohn? Ja, wir fragen einfach mal der Vollständigkeit halber. Wir wissen es ja eigentlich schon. Weil er weggebracht würde. Für immer. Ein Magier kann keinen Titel erben. Nicht einmal der Sohn eines mächtigen Arls. Außerdem ist sie sehr fromm. Ein magiebegabter Sohn ist eine Erniedrigung für sie. Das lässt sie voll mega mies dastehen. Aber irgendwie wirkte sie gerade im Gespräch schon fast sympathisch. Einfach wie so eine verzweifelte Mutter, die versucht Leben zu retten. Und zwar das ihrer Familie. Hm. Ach so. Jetzt verstehe ich. Der Arl ist ein anständiger Mann. Wie sollte er überhaupt eine Bedrohung darstellen, wie Loghain gesagt hatte? Trotzdem habe ich es getan. Ich nahe. Und was wollt ihr nun tun? Jeder macht Fehler. Ja, das seid ihr. Ja, jeder macht Fehler ist korrekt. Aber so viele dämliche Fehler hintereinander, das braucht schon Talent. Und was wollt ihr nun tun? Ich will nicht mehr weglaufen und mich verstecken. Ich will es wieder in Ordnung bringen, egal wie. Wir waren einmal Freunde. Ich weiß, ich kann euch nicht mehr so nennen, aber wenn es euch je etwas bedeutet hat, dann hilft mir, diese Sache zu bereinigen. Ich habe euch einmal im Namen der Freundschaft geholfen. Warum sollte ich eure Worte glauben? Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Déjà vu. Ich habe euch schon mal geholfen. Und dann habe ich einen richtigen Arschritt gekriegt. Und ich habe euch und Lily hintergangen. Es tut mir sehr leid. Bitte, ich flehe euch an. Wollt ihr mir nicht helfen, einmal im Leben etwas richtig zu machen? Jowen hat gute Absichten, aber ein Blutmagier. Es ist schwierig, so jemandem zu trauen. Er ist euer Freund. Ihr kennt ihn am besten. Gebt mir bitte eine Chance. Wie wollt ihr denn... Wie wollt ihr es denn in Ordnung bringen? Ich lasse euch aus eurer Zelle, aber keine Metzien. Ich kann euch nicht lebend hier lassen. Wie wollt ihr es denn in Ordnung bringen? Ich will alle retten, die noch da oben sind. Irgendwas muss ich doch tun können. Es ist dafür nicht schon zu spät. Und was passiert danach? Wenn ich euch nun einfach gehen ließe? Das wäre lobenswert, sofern es denn stimmt. Und ich glaube euch nicht. Ja, es wäre schon lobenswert. Aber es ist jetzt auch irgendwie ein bisschen zu spät. Aber er konnte ja nichts machen aus der Zelle draus, als es losging. Kann man ihn also an dieser Stelle zumindest nicht zum Vorwurf machen. Ich bin so ein Mensch, ich will immer Chancen geben. Verstehst du? Weil ich mir denke, okay. Und er kommt mir auch gerade so aufrichtig rüber. Aber er kam mir auch beim letzten Mal aufrichtig rüber. Gott, dammit. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird mir noch richtig böse in den Arsch treten. Aber ich will ihm einfach noch eine Chance geben. Freut mich, dass ihr es so seht. Was nun? Vorher bleibt ihr in eurer Zelle. Ich lasse euch so sehr, aber keine Metzien. Ich kann euch nicht leben hier lassen. Ja. Ich will es probieren. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Es wird mir sowas von in den Hintern treten. Aber ich muss es probieren. Ich kann... Ich bin nicht so eisgeist. Es geht nicht. Okay. Wir probieren es. Ihr lasst mich raus. Und dann? Mir egal. Ihr seid auf euch allein gestellt. Lauf. Ich will euch nicht mehr wiedersehen. Niemals. Flieht. Es ist eure letzte Chance. Ihr werdet mit mir kommen. Er wird mit mir kommen. Er wird sich der Sache stellen und er wird aufräumen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich möchte helfen, aber... Ich bin nicht sicher, ob ich euch in eine derartige Gefahr folgen will. Wie jetzt? Was? Wie? Was? Dann helft mir. Mach das bitte nicht noch schlimmer. Bettler sollte nicht zu willerig sein. Komm mit. Oder bleib hier. Hä? Wie jetzt? Er will raus, aber dann will er sich der Gefahr nicht stellen? Ja, willst du hier sterben? Willst du hier verrotten? Ist dir das lieber? Bitte helft mir. Sonst wird es halt noch schlimmer. Das werde ich nicht versprochen. Ich werde einen Weg finden, das zu bereinigen. Oh. Oh, Alistair war dagegen. Oh, Alistair. Es tut mir so leid. Okay, er ist wirklich weg. Er ist wirklich weg? Ups. Ich dachte, er kommt jetzt mit mir als quasi Begleiter. Muss ich gestehen. Aber nix da. Er ist einfach abgehauen. Ups. Ja, Lauf gegen die Wand. Ist okay. Ich würde sagen, an der Stelle speichere ich mal kurz so richtig. Weißt du? Einen unterschiedlichen Spielstand. Falls ich das noch richtig bereue. So. Hier liegen ein paar Leichen rum. Ich nehme mir mal alles mit, was ich hier so entwäsche, Berg sehe. Ach, da sind es? Irgendwelche richtigen... Nee, ich glaube, das sind auch Zombies. Ja, das sind Zombies. Alles klar. Notiz. Eine zusammengerollte Notiz. Hoffentlich kann der Finder dieser Zeilen sich... Wö? Sie auch lesen. Ich hasse den Gedanken, dass jemand mit meinen letzten Monaten Feuer macht oder sich der Abauer möge es verhüten, den Hintern abwischt. Aber es ist euch vermutlich einerlei. Mein Name ist Brennan. Ich stamme aus Rainsfair, wo ich früher Apfelbauer war. Als die Orlesianer verlangten, ich solle vor ihrem Kaiser niedergehen, habe ich mich geweigert. Dafür haben sie dann meine Obstgärten und mein Haus niedergebrannt. Ich musste dabei zusehen, Bäume sterben, Häuser verfallen, aber meine Ehre geht nur verloren, wenn ich es zulasse. Eine Woche später kamen sie zurück und verlangten von mir einen Treueschwur. Ich weigerte mich erneut und wurde dafür in Ketten gelegt. Jetzt bin ich hier und werde vermutlich hier sterben. Eine Dummheit, für so etwas draufzugehen, was? Nur ein paar Worte und ich hätte zu Hause weiterleben können, wie bisher. Aber 100 Generationen lang hat meine Familie dort gelebt und ist gestorben. Da verkaufe ich unsere Familienehre doch nicht für ein paar Äpfel. Wer ihr auch seid, falls ihr diesen Ort wieder verlasst, würde ich mir wünschen, dass ihr nach Rainsfair geht. Von den meinen lebt niemand mehr, aber dennoch werdet ihr unsere Familie finden. Wir sind mit dem Boden verwachsen. Wir sind der Wind, der durch die Bäume streicht. Sagt meinen Leuten, wie ich gestorben bin und ich verspreche euch, sie werden es hören. Soll ich mich jetzt aufs Feld setzen und ins Nichts labern übrigens? Der ist im Kerker gestorben. Holy fuck. Okay, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Das hat mich ein wenig erschrocken. Kommt her. So ist schön. Genau. Das soll ich genauso sagen. Katie. Aufsehen mit dir. Oh ja. Oh ja. Habe ich eigentlich meinen? Ja, habe ich. Mein, 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 mein Schild, damit ich nicht ganz so viel Schaden kriege. Vergesst das ja permanent irgendwie zu aktivieren. Ach, Frostlaffen sollte ich auch mal anmachen. Stacked ja, wurde mir gesagt. Ich Idiot. Lass uns tanzen! Schön. Ich weiß auch nicht, warum ich mich bei dem Spiel auch noch erschrecken muss. Weißt du, da spielt man schon Dead Space 2 nebenbei. Und stirbt da innerlich. Ja, so wird das Ischi. Und dann muss man sich ja auch noch permanent erschrecken. Das finde ich nicht gut. Meine armen Nerven sind strapaziert. Ich glaube, wir fangen schon mit Ende 20 an, weiße Haare zu kriegen. Nicht grau. Ich überspringe grau einfach und springe direkt zu weiß. Oh Gott. Hallo? Hier ist aber schnell. Im Castle. Im Schloss Redcliffe. Und es ist so schön ruhig hier. Oh, muss ich denn hin? Warum gibt es hier überall Türen? Ja, okay. Oh, ah, Dämonen. Na, wer hätte das denn gedacht? Ja, völlig hin und weg. Oh nein. Nicht mit dir. Fickgold. Kann ich kurz nicht einfrieren? Das wäre sehr nett, danke. Das ist mir irgendwie im Weg. Aber es klappt ganz gut mittlerweile, dass sie Alice angreifen. Das ist besser als ich dachte. Oh. Jetzt habe ich alle eingefroren. Das tut mir leid. Ja, ich mache halt nicht so viel Schaden. Das ist alles mit Gemütlichkeit hier. Ich glaube, da klebt Blut an mir. Blut. Ich finde es schön. Die Synchronsprecherin meiner Ische von der Stimme klingt ein bisschen wie aus einem schlechten Porno. von Vox um zwölf Uhr oder so. Wetten, du kannst es nicht. Gott fucking dammit. Liliana. Ah, hier kann ich auch wieder hin, ne? Ja, ja. Gut, dann komme ich hier später nochmal hin. Da ist ein Buch. Da ist eine Kirche. Ah, das ist aber schön, oder? Na gut, Kirche ist halt so ein... Na, eher so ein Raum, so ein großer Altarraum vielleicht. Kirche, Kapitel 2. Gut, irgendwas Kirchliches war schon nicht so verkehrt. Wo sind denn schon wieder... Warum bleibt die denn immer stehen? Kommt ihr bitte nach? Hier fehlt ein Schweine. Ey, was, was, was? Es stimmt mit meinen Viechern nicht. Nein, das war falsch. Das war nicht das, was ich tun wollte. Ich fuhriere mal kurz ein. Geh mir mal den auf den Sack. Ihr könnt alle gerne Alice angreifen. Ich bin eher so die Zartbeseitete von uns ein. Genau so wird das geschickt. Was soll das? Doch, nicht von mir weg jetzt, wo du verstorbt bist. Gott, wie sie alle immer durcheinander quatschen. Ich hoffe, das ist ein bisschen anders geregelt im nächsten Teil. Oh, es geht nur noch hier weiter. Ah. Ging es da irgendwie noch ums Ecken? Nee, war das war alles gut. Gut. Gehen wir eben hier weiter. Ich suche ja immer noch irgendwie Käse. Mir wurde gesagt, hier ist ganz viel Käse im Spiel. Nachdem ich mir mal schon darauf hingewiesen worden bin, irgendwas Käsemäßiges. Aber ich habe nicht ein bisschen Käse entdeckt. Aber Obst und seltsame Bananen. Oha, was passiert da? Und was war da gerade vor mir? Da war so ein Kreisel. Hast du das gesehen? Lass mich alle in Ruhe. Ich finde es aber gut, dass meine Teammaten da relativ schnell wieder rauskommen. Aus diesem Gefrorenen, seinen Status. Leichnamgalle. Mhm, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Oh ja, hier würde ich aber auch gerne schlafen. So mitten im Gang ist doch schick. So richtig mit Privatsphäre und so. Oh nein, ihr müsst mich nicht angreifen. Warum greift ihr mich an? Ich habe da überhaupt nichts getan. Ich bin doch nur euer Freund. Ich bin ein Hundefreund. Es wäre to God. Geh mal durch. Oh, die überleben aber ganz so viel. Oh, die armen Wauwies. Warum ist der so rot? Was passiert hier? Ist das normal? Ist das ein Bug? Der ist so, oh Gott. Toll wird es am Beta-Hung. Auf sie geht. Kannst du es wagen? Alistair hält nicht so viel aus. Ach ja, da fällt mir was ein. Weil ich ja schon mehrmals mega angemotzt worden bin. So richtig fertig gemacht. Bis ich geheult habe, dass hier kein Blut aktiviert ist im Spiel. Hier, jetzt hast du es. Da ist Blut. Bitte schlag mich nicht mehr. Ich bin ganz empfindlich. Oh, schön. Jetzt habe ich was für unseren Wauwau gefunden. Verkohlter Leichnam. Oh, Tiefenpilz. Das ist aber, dann ist er aber schon ein bisschen länger verkohlt, glaube ich. Gut, dann gehen wir jetzt und lassen die Leichen einfach da liegen. Wetten, ich komme hier. Ah, oh. So ist fein, so ist fein. Ich kann das nur zurückgeben, Win. Nur zurückgeben. Ich finde es mit dem Hui echt witzig. Wundervoll. Ich wünsche, ich könnte es leicht. Ein bisschen leiser stellen. Nur ein bisschen. Aber ich, äh, mittlerweile habe ich mich einfach damit abgefunden, dass es nicht geht. Also, ich bin ja schon bei Part 60. Also, die Aufnahme beginnt quasi mit Part 61. So viel weiß ich schon. Die habe ich nicht gesehen, die Falle. Hm, das hat weh. Aua. Was bedeutet bei Part 61, dass wir ja noch nicht mal ansatzweise durch sind. Also noch nicht mal so ein bisschen. Und das wiederum bedeutet, dass wir ja voll lange hier beschäftigt sein werden mit Dragon Age Origins allein. Wer kommt ja noch in Awakening und die ganzen anderen DLCs. Ist denn der zweite Teil genauso lang? Wäre für mich eine wichtige Frage. Von der Spiellänge her, von der Story und so. Oder, äh, sind die da schon deutlich kürzer? Nur für mich, um irgendwie zu wissen, wie die Projektlänge ist. Weil ich habe mir Dragon Age zwar schon lange vorgestellt, aber holy fuck, die Folgen sind ja jetzt immer so 20 bis 25 Minuten. Manchmal, je nachdem wie viele Gespräche stattfinden, auch 30. Das heißt, ich mache sie ja schon deutlich länger, als ich zum Beispiel Mass Effect gemacht habe. Aber ich kann sie halt nicht konsequent 30 Minuten lang machen. Das geht einfach nicht. So viel Zeit habe ich nicht zum Aufnehmen. Es tut mir, es tut nicht sorry. Oh, das ist aber schön. Ohne Fenster. Super Kammer. Reizend. Von daher, ähm, war ich eigentlich der Meinung, das wird maximal so 150 Parts haben. Und dann sind wir durch mit dem Spiel. Mittlerweile nehme ich das konsequent zurück. Oh! War Lena? Ah, bitte tut mir nichts! Äh, hatte ich gar nicht vor. Ruhig, euch geschieht nichts. Dummes Mädchen, geht mir aus dem Weg. Still. Ihr seid sicher. Ruhig. Alles gut. Es tut mir leid. Ich habe nur solche Angst. Diese Monster sind überall. Ich, ich bin Valena, das Dienstmädchen der Alessa. Geht es ihr gut? Was ist mit den anderen passiert? Oh, ist das die Tochter des Schmids? Valena, die Tochter des Schmids? Ihr kennt meinen Vater? Ich will zurück ins Dorf. Gibt es einen Weg nach draußen? Im Kerker gibt es einen Gang nach draußen. Solltet ihr nicht vielleicht vorerst hierbleiben? Es gibt einen Kerker im Gang nach draußen. Eigentlich sind da auch keine Viecher mehr auf dem Weg. Aber die Monster... Die meisten habe ich getötet. Ist das sicher? Das ist eure einzige Chance. Flieht oder sterbt, dann bleibt besser hier. Die meisten haben mich getötet. Ich finde schon einen Weg. Ich bin schnell und kenne das Schloss. Vielen Dank. Hoffentlich stirbt sie jetzt nicht. Oh, jetzt haben sie wieder zugestimmt. Das ist aber nett. Ja, was soll ich machen? Wenn sie sich hier versteckt, ist es halt auch nicht sicherer, als wenn sie den Weg, wo ja eigentlich alle Monster tot sind, wenigstens versucht zu beschreiten. Ja, jedenfalls habe ich mit 150 Parts gerechnet, wenn ich die Folgen halt ein bisschen länger strecke. Ich glaube, damit komme ich bei weitem nicht hin. Nicht bei dem Spiel. Ich fühle mich ja immer noch als welchem... Noch nicht mal beim ersten Drittel fertig. Von daher würde es mich interessieren, ob der zweite Teil, Dragon Age, auch so lang geht. Oder kürzer. Oder überhaupt nicht. Also irgendwie da so eine Art, damit ich jetzt einfach planen kann. Verstehst du was? Ich meine, wo geht es denn hier hin? Ein Untergeschoss Keller. Ach, da gibt es nochmal ein Untergeschoss? Untergeschoss Kerker? Ach, das ist ein Keller und ein Kerker. Okay. Das haben wir alles in... Ich weiß nicht genau, wo wir eigentlich hin müssen. Da ist der Hof, da ist der zweite Stock. Ich würde mal sagen, wir gehen erst mal in den Keller. Oh, Alter, Papa, Alter. Ja, das freue ich mich aber auch. Ähm, nee. Machen wir mal hier. Die drüben so rot. Es muss ja irgendeine Attacke sein von irgendjemandem. Glaub ich mal ganz toll kriegen. So, jetzt nochmal einer hier so schön rein. Und dann kürzen sie schon fast alle tot. Könnten wir nichts nicht angreifen? Das wäre sehr nett. Ich kann noch nichts dafür. Aua. Aua. Ich kann noch nichts dafür. Ist nicht vorbei. Aber du Drecksack. Du kannst dich natürlich überall durchgehen. Alter. Alistair. Das war nett. Da hat er gerade Akro gezogen. Das habe ich sogar mal mitbekommen. Live und mit dem Fahrrad. Du hast das super gemacht, Severin. Du kriegst einen Keks. Das hat gut geklappt. Also, du musst ja eigentlich... Oh ja, ich kriege ganz schön viel XP. Das gefällt mir. Das ist gut. So. Ich beute mal alles aus. Ah. Ich stehe mir nicht auf dem Weg. Mhm. Okay. Oh, das ist aber eine Menge Fleisch. Oder Schuhe. Das sah gerade kurz aus wie Turnschuhe. Na gut. Weißt du, das Volk hungert vor den Toren. Und hier ist einfach mal mega viel Essen. Gebt ihnen Kuchen, meine Freunde. Wenn sie Brot wollen, dann gebt ihnen Kuchen. Schwacher Wärme-Balsame. Ich benutze diese komischen Balsame überhaupt nicht. Kann man das sagen? Balsame? Ich glaube nicht, oder? Diese, 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 dieses Zeug, was du dir raufschmieren kannst. Ja, Salben. Salben. Ich glaube, Salben kann man dazu sagen. Aber selbstverständlich. Oh, ein Liebesbrief. Noch ein Liebesbrief. Korrespondensus interruptus. Einige Sammlungen peinlicher Blah. Mein geliebter Regenheit, ich verzehre mich nach dir und wegen dir. Bitte benutze die beigefügte Tinktur, wenn unsere Liebe Bestand haben soll. Bitte? Was für eine Tinktur? Ah, das war es schon. Das war Sari. Und okay. Sind das denn nur Regenheit? Hm. Schreiben die aneinander? Oder sind das so Briefe, völlig willkürlich, die wir finden? Und die haben eigentlich miteinander überhaupt nichts zu tun. Und ich frage mich, was das für eine Tinktur war. Das würde mich auch interessieren. Ich hätte auch gern, was da war. Aber selbstverständlich. Ich nehme einfach. Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen. Lüge nicht. Natürlich. Ah, es geht mir so auf den Sack. Auf den Sack. Ich meine, ja, ich werde später mit Liliane hier nochmal durchrennen müssen, einfach. Okay, wo komme ich hier hin? Aber es nervt. Jetzt muss ich da zweimal lang, verstehst du? Ist doch doof. Gebiet freigeschaltet. Oh. Hier wollte ich eigentlich noch gar nicht hin. Glaube ich. Wer ist denn da hinten? Kann ich nochmal zurück? Kann ich tatsächlich? Ich weiß nicht, ob es mehrere Wege zum Ziel gibt. Aber, äh, wir konnten da ja auch noch in den zweiten Stock und so. Verstehst du? Und da konnten wir auch in den Hof. Warum sollte ich jetzt über den Keller in den Hof wollen? Macht für mich gerade keinen Sinn. Können wir mal kurz speichern. Das rühre ich gerade relativ selten, fällt mir auf. Das habe ich mich schon abgewöhnt, weil ich schon wieder viel zu viel, ach, wenn ich hier nicht langkomme. Ah, freustell nicht möglich. Oh, hätte ich mich einfach mal vorher richtig umgesehen. Oh. Gott fucking damn it, Nienchen. Gott fucking damn it. Deswegen die mehreren Wege. Jetzt macht es alles Sinn. Ich habe mich schon gewundert. Gut, dann stellen wir uns eben den Viechern auf dem Hof. Ich dachte, den könnten wir jetzt irgendwie aus dem Weg gehen. Aber nein. Nein, ist das okay. So, so. Was ist das denn jetzt? Das ist eine exzellente Frage. Oder kommt ein großes? Hallo? Wo kann ich hin? Äh, wie, was? Komm, machen wir mal erstmal hier. Erstmal die Bogen schützen, damit die nicht so... Oh. Oh. Oh, oh, oh. Weißt du, wir können ja mal kurz hier einen Sturm hinsetzen, wenn man sich keinen angreift. Yay. Okay. Fuck you. Das gibt ganz schön viel Schaden ab. Go, win. Go, separate. Stell dich ihm alleine. So ist richtig. Mach ihn platt. Oh. Warum? Was fällt ihr denn jetzt von mir? Geht ihr bitte weg? Kann doch auch nichts abführen. Durbst du bitte? Der haut mich einfach nur an. Okay. He dead. Ich will jetzt dafür eigentlich nicht extra was nehmen müssen. Stirb. Verfehlt. Are you fucking shitting me? Hauptsache er ist tot. Aber verfehlt? Ehrlich? Genau so wird es geschickt. Mit meiner Magie kann ich verfehlen? Das ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen. Reizend. Oh, ich finde so viele Wundumschläge. Ist aber verdächtig. Gib mal her, was hast du so schönes? Das ist Geistscherbe. Großer, klarer Eiskristall. Nee, nix für mich. Gibt es hier oben irgendwas? Kann ich hier irgendwas an? Ich mag ja, ich mag ja, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses mittellische Design. Der Burg schon. Auch der Stadt draußen fand ich irgendwie cool. Ich meine, ja, die Texturen wiederholen sich natürlich immens. Aber es sieht schon, es sieht schon nice aus. Wenn man auch immer das Alter mal bedenkt und so. Und die Tatsache, dass ich natürlich, was habe ich denn gerade aufgesammelt? Egal, komme ich mich später an. Ich glaube, es war ein Geschenk. Das ist wieder irgendwas für den Hund. Wenn man das Alter bedenkt und so weiter und so fort. Auch, dass ich ein Texturen pack habe. Oh. Ach, die hätte ich... Kann ich die reinlassen? Tatsächlich. In Wahrheit muss ich das Schloss verlassen. Oh. Ja, gehen wir gemeinsam in die Halle. Nee, ich bringe die nur um, wenn die dabei sind. Das will ich halt nicht. Ich will mich erst woanders umsehen. Wie ihr wünscht. Wir besetzen das Tor und halten jeden auf, der gehen will. Sag Bescheid, wenn sich die Lage verändert. Ja, das mache ich. Siehst du, dann musste ich sie nicht mehr abweisen. Aber ich habe gesagt, weißt du, erstmal muss ich anderen Shit tun. Wichtigen Shit. Sehr, sehr wichtigen Shit. Und vor allem ohne euch. Ich möchte nicht mehr leben, weißt du, unnötig, verschwenden müssen, weil ich meine Stürme ziehe. Das ärgert mich immer noch, wenn ich den Sturm da reingesetzt habe. Ja, weil ich dachte, Friendly Fire ist ja für mich quasi ausgestellt durch diesen einen Mod oder durch diesen einen Trick. Wer auch bleibt, ist mir egal, was jemand sagt. Und ich dachte, das geht auch dann für NPCs hier. Aber das tut es offensichtlich nicht. Ich hätte speichern sollen. Ja, mir fiel gerade auf. Ich bin am, ja, ja. Ich bin einfach, okay, speichern. 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 Untertitelung des ZDF, 2020